Setz dich auf eine stabile, bequeme Unterlage. Winkle die Knie an und hebe dabei die Füsse leicht vom Boden ab. Nimm eine gefüllte 1,5 Liter PET-Flasche in die Hände und platziere diese abwechselnd links und rechts neben deine Hüfte. Führe die Übung während einer Minute aus und wiederhole sie 1-2 Mal. Dazwischen jeweils eine Minute Pause machen. Um die Übung zu erleichtern, die PET-Flasche weglassen. Um die Übung zu erschweren, das Gewicht erhöhen und die Übungsdauer verlängern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017